Willkommen in Lateinamerika. Schönes Wetter, tolle Landschaften und köstliches Essen. Darf ich Ihnen vielleicht einen Pina Colada anbieten? Oder eine lange Reihe von Staaten, die von einer Bananenfirma kontrolliert worden sind, aber tausende von Totenwacht und die Region bis heute destabilisieren? Habe ich schon erwähnt, dass unser Pina Colada mit Fairtrade Kokosmilch gemixt wird? Der Frühling 1899 sollte die Geschichte Südamerikas für immer ändern. In diesem Frühling wurde die United Fruit Company gegründet. Die beiden Gründer Minor Cooper Keith und Andrew Preston wussten es nicht, aber sie würden ein Imperium schaffen, das die gesamte westliche Welt umspannt. Das Grundkonzept der Firma ist relativ simpel. Man kauft die Bananen der Lateinamerikaner billig auf und verkauft sie in den USA. Das war zumindest die Anfangsidee. Später begann United Fruit Land selber aufzukaufen und ihre eigenen Plantagen darauf zu betreiben. Damit konnte die UFC großen Einfluss auf Länder wie Guatemala, Panama oder Honduras nehmen. Schließlich macht Bananen hier 60% aller Exportgüter aus. Diese damals noch sehr unterentwickelten Länder mit einer größtenteils in der Landwirtschaft beschäftigten Bevölkerung waren also wirtschaftlich von einer einzigen Firma abhängig. So abhängig, dass Guatemala die Firma 1901 damit beauftragte, die Post des Landes zu führen. United Fruit hatte schon bereits große Teile der Straßen- und Eisenbahnlinien in ganz Mittelamerika kontrolliert, um die Produktion und den Verkauf der Bananen zu vereinfachen. Die Eisenbahnlinien und die Straßen durften teils ausschließlich von der UFC benutzt werden. Eine Post ohne Straßen, auf denen sie transportiert werden kann, ist natürlich sinnlos. Also war es für die korrupte Regierung Guatemalas die einzige Möglichkeit, irgendwie Briefe an ihre Bevölkerung zu senden. Im Grunde genommen sind Aktionen wie das Verkaufen der eigenen Post an die UFC eine Art Tauschgeschäft zwischen den Diktatoren der Länder und dem Konzern. Die Diktatoren sorgten für Ruhe unter den Arbeitern, zerschlugen Demonstrationen für mehr Rechte und die UFC agierte als eine Art Türöffner für die internationalen Märkte der Welt, die auf Bananen heiß waren. Dafür verlangte die UFC aber Land und politischen Einfluss, zum Beispiel in Form von Kontroller wichtiger staatlicher Institutionen wie der Post. Vor der Post wurde aber nicht Halt gemacht. 1913 gründete United Fruit die Tropical Radio and Telegraph Company, womit sie alle Radio- und Telegrafenlinien Lateinamerikas kontrollierten. Für alle, die nicht wissen, was Telegrafen sind, scheiß Jugend von heute. Das sind diese lustigen Tippdinger, mit denen man durch Morse Code kommunizieren kann. Als ob das nicht schon genug wäre, kontrollierten sie mit ihrer eigenen Firmenflotte, der White Fleet, viele Handelswege und Häfen von und zu Lateinamerika, sowie die Stromversorgung vieler Länder. United Fruit spielte ein schmutziges Spiel, wenn es darum ging, ihre Profite zu steigern. Sie bestach und unterstützte verbrecherische Diktatoren, beutete ihre Arbeiter aus und unterdrückte Opposition, wo sie nur konnte. Die Diktatoren kamen dem gerne nach, denn der UFC im Weg zu stehen, bedeutete den eigenen Untergang. Ihr zu helfen aber, die Sicherung der eigenen Macht. Diese Strategie, die man eigentlich heutzutage nur von Drogenkarten kennt, scheint funktioniert zu haben. Im Jahre 1930 war die United Fruit Company der größte Arbeitgeber in ganz Zentralamerika. Sie besaß 3,5 Millionen Hektar Ackerland, verteilt über die gesamte Region und der Karibik. Das ist eine Fläche, die größer ist als NRW. Und das alles nur für Bananen? Auch. Aber zum größten Teil um die Länder, in denen die Firma operierte, zu erpressen und um mögliche Konkurrenz den Boden vorher wegzukaufen. Die einheimische Bevölkerung litt darunter unheimlich. Da das meiste Ackerland bereits an die UFC verkauft wurde, sah sich der größte Teil der Bauern dazu gezwungen, entweder für die UFC zu arbeiten oder schlicht zu verhungern. Eine kleine reiche Schicht an Eliten, also Verwalter, Beamte und Plantagenaufseher zum Beispiel, waren die einzigen Profiteure, dem United Fruit selber versteht sich. Wenn jemand den größten Teil des Ackerlandes kontrolliert und man ein Land ist, was auf Landwirtschaft basiert, dann kann man natürlich nur beten, dass diese amerikanischen Bananenfetische nett zu einem sein werden. Ich will nichts vorwegnehmen, aber wahnsinnig. Natürlich saßen weder die Bevölkerung noch die Politiker Lateinamerikas dumm rum und ließen die UFC einfach so passieren. Leider scheiterten aber die Regierungen der Länder daran, die Macht der Firma zu untergraben. Hierzu einmal vier Beispiele. Das erste Opfer der United Fruit Company sollte der Präsident von Honduras, Miguel Davila, sein. Er war der Nachfolger von General Manuel Bonilla. Ein Mann, der im Grunde genommen eine Marionette der UFC war. Als Davila 1907 an die Macht kam und sich nicht so tief für die UFC bücken wollte wie sein Vorgänger, sah sich der Konzern gezwungen zu handeln. Mit Hilfe von Bonilla, dem amerikanischen General Lee Christmas und einer eigenen kleinen Privatarmee mit Tonnen von Munition, stiegen die Männer 1911 auf die Firmenjacht der UFC, fuhren nach Nordguatemala und nahmen wichtige Helfen im Norden ein. Die Möchtegern-Piraten hatten sogar Erfolg mit ihrem Plan, weil Davila mit seiner nicht vorhandenen Flotte nichts ausrichten konnte. Er sei sich gezwungen als Präsident abzudanken. In weniger als einem Jahr war Bonilla wieder an seinem Platz zurück. Und was war das erste, was er tat? Richtig. Er gab der United Fruit Company große Steuerfreiheiten, lang zum Bananenanbau und die Rechte an großen Teilen der Eisenbahnverbindung des Landes. Als kleines Dankeschön. Ist ja nett. Am 6. Dezember 1928 in Sienaga, Kolumbien, sorgte die United Fruit Company direkt oder indirekt, die genauen Details sind nicht klar, für einen Massaker an 1.000 Streikenden. Darunter Frauen und Kinder. Die Arbeitsbedingungen waren furchtbar für die Plantagenarbeiter, also protestierten sie schon seit einiger Zeit. Ihre Forderungen sind sogar für heutige Verhältnisse mehr als nur selbstverständlich. Eine Krankenversicherung, einen freien Sonntag und eine anständige Bezahlung. United Fruit bezahlte nämlich nicht in Geld. Nein, das wäre ja normal. Sondern in sogenannten Scripps. Das sind Wertscheine, die nur in den Läden von United Fruit eingelöst werden konnten. Man stelle sich vor, dass Amazon seine Mitarbeiter mit Amazon Gutschein bezahlen würde. Im Grunde genommen ist es eine nettere Art der Sklaverei. Die Bauern schufteten sich zu Tode und bekamen als Belohnung, etwas zu essen und zu trinken von der Firma. Die kolumbianische Regierung fürchtete ein Eingreifen der Amerikaner. Diese waren nämlich kurz davor, Kriegsschiffe loszusenden, um die Interessen der United Fruit Company zu schützen. Die USA waren also absolut für Freiheit. Die Freiheit, Lateinamerikaner auszubeuten. Damit Kolumbien nicht von der USA bombardiert wird oder die Plantagenarbeiter wie normale Menschen behandelt werden müssten, also das wäre ja... ...sendete der kolumbianische Präsident Miguel Mendez die Armee nach Sienaga, die daraufhin das Massaker an den 1000 Arbeitern, Frauen und Kinder verübten. 1951 wurde Jacobo Arbenz Präsident von Guatemala. Er war der Hoffnungsträger der Nation, da er versuchen wollte das Land in einen modernen und vor allen Dingen von den USA und der United Fruit Company unabhängig agierenden Staat zu verwandeln. Mit dem Dekret 900 hat Arbenz der UFC den Krieg erklärt. Diese Landreform sorgte dafür, dass United Fruit 40% aller seiner Ländereien an den Staat abgeben sollte, welches wiederum an die einheimische, bäuerliche Bevölkerung verteilte. Das Land, welches genommen war, war größtenteils sowieso unbenutzt. Und trotzdem gab Arbenz United Fruit für jeden Hektar Land 3 Dollar, 40 Euro in heutigem Geld. Das Doppelte von dem, was das unbenutzte Land die UFC beim Kauf gekostet hatte. Und trotzdem war der Konzern unzufrieden mit Arbenz, da er tatsächlich kein korrupter Politiker war, der für United Fruit als Marionette dienen wollte. Daher begann die Firma eine dreijährige Rufmordkampagne gegen den Präsidenten und warfen ihm vor, ein Kommunist zu sein. Man muss bedenken, es sind die 1950er. Mitten während des Kalten Krieges, die Lager kapitalistischer Westen und kommunistischer Osten waren gespalten wie eh und je. In Amerika war man gegenüber jedem ansatzweise kommunistisch aussehenden Politiker kritisch eingestellt. Man addiere die Rufmordkampagne von United Fruit und bam, die USA handelte. Die CIA trainierte eine private Söldnergruppe von ca. 150 Mann, die von Honduras aus, inzwischen ein amerikanischer Satellitenstaat, in Guatemala einmarschierten. Um ein Blutbad zu vermeiden, dankte Arbenz ab und musste nach Mexiko fliehen, wo er 1971 starb. Sein berühmtestes Zitat ist wohl dieses hier. Unser einziges Verbrechen bestand darin, unsere eigenen Gesetze zu erlassen und sie ausnahmslos auf alle anzuwenden. Unser Verbrechen bestand darin, eine Agrarreform in Kraft zu setzen, die die Interessen der United Fruit Company beeinflusst. Unser Verbrechen ist es, unseren eigenen Weg zum Atlantik, unseren eigenen Strom und unsere eigenen Häfen zu besitzen. Unser Verbrechen ist unser patriotischer Wunsch, voranzukommen, Fortschritte zu erzielen und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen, die unserer politischen Unabhängigkeit entspricht. Wir sind verurteilt, weil wir unserer bäuerlichen Bevölkerung Land und Rechte gegeben haben. Beim letzten Beispiel konnte United Fruit nicht ihre Macht zurückbekommen. Auch Kuba, das Land, das für Zigarren und Rum bekannt ist, wurde von der United Fruit Company beeinflusst. Als Fidel Castro 1959 die alte, korrupte Batista-Regierung stürzte, um seine kommunistische Idee durchzusetzen, sah sich United Fruit dazu verpflichtet zu handeln. Diesmal brauchte es keine Rufmordkampagne, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass Castro ein Kommunist war. Also, die Amerikaner planten eine Invasion auf Kubas sogenannte Schweinebucht, bei der sie das kommunistische Regime stürzten würden, um den korrupten, aber amerikafreundlichen Batista zurückzuholen. Auch ohne United Fruit wäre es wahrscheinlich hierzu gekommen. Aber natürlich waren sie auch ein großer Motivator für die amerikanische Regierung. Die Invasion hat nicht geklappt, da der Plan furchtbar exekutiert wurde. Castro wurden die Pläne zuvor geleakt, die Booten, die genutzt wurden, wurden an den kubanischen Korallenriffen beschädigt und die kubanische Luftwaffe konnte die Kontrolle über die Lüfte behalten. Ein sehr großer Teil der Boote stammte von United Fruit und ihrer White Fleet. Die Schweinebucht-Invasion sollte einer der entscheidenden Gründe dafür sein, dass die Kubaner späte sowjetische Atomraketen auf ihrer Insel stationierten. Direkt in der Nähe von Amerika, woraufhin die Amerikaner ein Handelsanbargo gegen Kuba verhangen und sie über See absperrten. Wofür die Sowjets Warnungen aussprachen und die Amerikaner auch und es ist immer schlimmer geworden und so wurde fast die gesamte Welt in einen nuklearen Holocaust vernichtet und die gesamte Menschheit hätte aufgehört zu existieren. Und Bananen haben dabei eine Rolle gespielt. Bananen. Die United Fruit Company verlor immer mehr und mehr an Bedeutung nach der misslungenen Schweinebucht-Invasion, da ihre kriminellen Machenschaften bekannt wurden. Längst waren ihre Glanztage als die Monopolfirma des Bananenhandels in der westlichen Welt vorbei. 1970 kaufte ein Investor namens Ali Black United Fruit und verschmolz sie mit seiner eigenen Firma, der AMCAR Corporation. Ja, kein Witz. So entstand die neue Firma United Brands. Und würde diese neue Firma versuchen aus ihren Fehlern aus der Vergangenheit zu lernen. Mit einem neuen CEO, der auch auf die Interesse seiner Plantagenarbeiter achtet. Und mit einer neuen Moral, die natürlich nicht dödel. 1974 hat Honduras seine Bananensteuern erhöht. Das gefiel Black gar nicht. Und so schmierten er und seine Firma den honduranischen Präsidenten Oswald Arellano mit ca. 5 Millionen Dollar, damit dieses Gesetz widerrufen wird. Und das wurde es auch. So konnten sie ca. 30 Millionen Euro an Tarifen sparen. Als dies ans Licht kam, wurde der Präsident von Honduras in einer blutigen Revolution gestürzt. Allein in Honduras hat United Fruit und sein Nachfolger Yubi durch die Umstürz und die daraus resultierende Gewalt 200.000 Menschen auf dem Gewissen. Diese Bestechung und die daraus resultierende Revolution sollten später als Bananagate in die Geschichte eingehen. Zwar konnte sich United Brands vor Tarifen schützen, aber nicht vor der eigenen Inkompetenz. Black wirtschaftete den Konzern in den Ruinen, sodass es irgendwann mehr Verluste als Gewinne gab. Am 3. Februar 1975 sprang er aus seinem New Yorker Wolkenkratzer, dem Mad Life Building, als Reaktion auf die Verluste und der Bekanntmachung von Bananagate. Lange war es still um United Brands, bis ein gewisser Carl Lindner Jr. Yubi 1984 aufkaufte und zu Chiquita umbenannte. Doch der Spaß hörte da nicht auf. Chiquita war inzwischen längst nicht mehr der einzige Konzern in Lateinamerika. Ein neuer japanischer Konzern hat sich dazugesellt. Fives... Fives? Fives... Fü... Ach, scheiß drauf. Fido apparierten hauptsächlich in Honduras und das Land wurde langsam zu klein für zwei gierige Konzerne. Es entstand eine Art Rivalität zwischen den beiden, wo eine Eskalation vorprogrammiert war. Den Bananenkrieg von 1990 kann man sich nicht wirklich wie einen konventionellen Krieg vorstellen. Es gab keine Soldaten oder Flugzeuge, die sich bekämpfen, aber andere unmoralische Sachen. Zum Beispiel zerstörte Chiquita schlicht die Bananen von Fives oder bestach Richter in Honduras, um dafür zu sorgen, dass der Export von Fives Bananen schlicht illegal wird. Wurde er zwar nicht, aber ich wette, die Richter haben ihren neuen Ferrari echt genossen. Am krassesten, Chiquita soll ein Haftbefehl gefälscht haben, um den Chef von Fives zu entführen. Zur selben Zeit gab es sehr viel Unruhe in Kolumbien. Drogenkartelle und paramilitärische Gruppen waren im damaligen Kolumbien mächtiger als der Staat. Rechts- und linksextreme Terroristen und Drogenbosse bekriegten sich offen auf den Straßen und verlangten Schutzgeld von den Kolumbien agierenden Firmen und ihren Mitarbeitern. Um diese Mitarbeiter vor diesen Gruppen zu schützen und um womöglich die Konkurrenz einzuschüchtern, heuerte Chiquita selbst mehrere gewalttätige Terroristen an. Nachdem man ihm 2003 gesagt hat, dass es nicht das Gelbe vom Ei ist, sich mit links- und rechtsextremen Terroristen zusammen zu tun, um seine Plantagenmitarbeiter zu schützen und andere Firmen einzuschüchtern, haben sie sich sofort entschuldigt und ihre Fehler korrigiert und würden so etwas nie wieder. Aber natürlich haben sie einfach weitergemacht. Sie haben bis 2004 Terroristen, die Menschen getötet haben, unterstützt. Okay, sie haben sich danach entschuldigt und 25 Millionen Dollar Scharnzersatz gezahlt, also... Ja, es ist ja quasi nicht so schlimm. Hätte Osama Bin Laden gewusst, dass man so einfach mit Terrorismus davonkommt? Ab 2004 begann Chiquitas Umwandlung in den lieben und sympathischen Konzern, den wir heute kennen. Heutzutage operiert Chiquita in 70 Ländern und erzielt Umsätze im Bereich von 3 bis 4 Milliarden Euro. Viel vom ehemaligen korrupten und verbrecherischen United Fruit Image ist nicht mehr geblieben. Die meisten Chiquita-Plantagen unterscheiden sich in Qualität und Umweltstandards kaum von denen der Konkurrenz. Man sollte aber eins bedenken. Wenn du zunächst mal zu einer Chiquita-Banane greifst, dann denk einfach daran, dass diese Bananen den Tod von mehreren hunderttausend Menschen bedeuten, dass diese Bananen Leid über ganz Lateinamerika brachen und dass diese Bananen dazu beigetragen haben, fast die gesamte Menschheit auszulöschen. Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit!